Mein Name ist Daniel Zere und ich studiere im vierten Semester Mechatronik. Mein Name ist Gunnar Hartmann, ich studiere im vierten Semester Elektrotechnik. Und zusammen sind wir die Leiter des Bereichs E-Technik. Zu meinen Aufgaben gehört die Auslegung und Konstruktion des Kabelbaums, die Batterie sowie sonstige diverse kleiner Projekte, die anfallen. Und ich bin zuständig für die PDU, von der Entwicklung über die Bestückung bis hin zum Testen. Für die Entwicklung der Schaltung von der elektrischen Seite her und allen Arten von Software, die bei uns im Auto Verwendung finden. Bei unseren Erstsemester-Rekrutierungstagen hat der Bereich E-Technik nicht unbedingt für Begeisterungsstürme gesorgt. Ich glaube der Bereich Motor hatte am Anfang 50 Interessenten und wir hatten einen oder zwei, aber zum Glück konnten wir doch noch ein paar Leute für unseren Bereich gewinnen. Betrofaktionist. 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 Vielen Dank.